Sie wollen ihre Familie, Mitfahrer und sich selbst vor Wildunfällen schützen? Gerade zur Herbstzeit steigt das Unfallrisiko durch kurze Tage enorm. Üblicherweise wird bei einem unvermeidbaren Zusammenstoß mit Wild empfohlen, nicht auszuweichen, um eine Kollision im Gegenverkehr oder ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern. Wildunfälle sind leider Alltag auf deutschen Straßen. Laut Tagesspiegel kommt es tatsächlich zu über 700 Wildunfällen am Tag. Doch nicht nur wir Menschen sind durch die Wildunfälle gefährdet, sondern auch die Tiere. Für Fuchs und Feldhase ist die Todesursache Straßenverkehr mit bis zu 50% an der Gesamtsterblichkeit verantwortlich. Um eine Gefährdung von Mensch und Tier auf den Landstraßen weitestgehend zu minimieren, empfiehlt unser Tiervertreiber-Experte Mr. Gardigo das Wildwarner Zweierset von Gardigo für ihr Kraftfahrzeug. Sie erhalten in unserem Set zwei Wildwarner. Diese können an einer geeigneten Stelle ganz einfach durch eine Klebefläche angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die große Öffnung in Fahrtrichtung zeigt. Passend montiert strömt die Luft durch die große Öffnung der vorderen Seite in das Innere des Wildwarners. Dort wird die Luft so geleitet, dass ein hochfrequenter Ton entsteht. Nach der Montage können sie beruhigter durch ländliche Gebiete fahren, da die meisten potenziell gefährlichen Tiere schon auf weite Distanz gewarnt werden und flüchten können. Unser Wildwarner sendet Signale auf einer für den Menschen unhörbaren Frequenz, ist einfach zu montieren, ist umwelt- und tierfreundlich und senkt das Unfallrisiko für Mensch und Tier. Das Wildwarner Zweierset von Gardigo. Das Warnsignal für eine sichere Fahrt. Sie haben auch Probleme mit Madern? Wir haben die Lösung. Erfahren Sie mehr auf www.gardigo.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Erfahren Sie mehr auf www.gardigo.de Erfahren Sie mehr auf www.gardigo.de